Hallo und willkommen aus dem wunderschönen Eislingen. Ich bin Dario Renato, 38 Jahre alt und ich zeichne Comics und schreibe. Also ich mache Illustrationen und ich schreibe. Und in den letzten Jahren bin ich auch so ein halber Medizinmann geworden, weil ich einfach musste, damit ich topfit bleibe. Und vor kurzem habe ich gemerkt, ich habe hier vorne an den Vorderzähnen, sind meine Zähne leicht gräulich geworden oder der Zahnschmelz hat sich ein bisschen zurückgebildet. Und da möchte ich jetzt Folgendes sagen. Also Zähne und was hat das jetzt zu tun mit mir und mit euch und der traditionellen klinischen Medizin. Also alles was sozusagen im Zahnfleisch ist oder mit den Zähnen, da könnt ihr direkt gleich zum Zahnarzt gehen und der gibt euch dann irgendwas und der arbeitet aber von außen. Das Ding ist das, dass eure Zähne organische Dinge sind, die von innen versorgt werden. Das heißt euer Blut versorgt euer Zahnfleisch und euer Zahnfleisch versorgt euren Zahn. Es kann natürlich auch mechanische Schäden geben von außen, aber in meinem Falle ganz oft ist es irgendwas von innen eine Imbalance und das zeigt sich dann an den Zähnen. Das heißt, selbst wenn der Zahnarzt möchte und ich möchte ihm auch seine Arbeit nicht wegnehmen, ist es primär meine Arbeit an meiner Zahngesundheit zu arbeiten. Also vorne habe ich gemerkt, sind ein bisschen meine Zähne gräulich geworden oder vielleicht ist da so ein bisschen Zahnschmelz zurückgegangen. Erstmal ein kleiner Schock, weil Zähne auf jeden Fall ein schönes Lächeln ein Zeichen der Gesundheit ist. Aber das hat dann darauf hingedeutet, dass irgendwas mit meiner Gesundheit nicht funktioniert und ich hatte in letzter Zeit eh ein bisschen Probleme so mit Niere und Blase. Und dann gucke ich nach. Ich habe eingeben ins Google, traditionelle chinesische Medizin und aber auch für andere Sachen. Ihr könnt praktisch eingeben Zähne und Organe und ihr werdet finden, dass eure Backenzähne irgendwie mit Herz und Dickdarm zusammenhängen und die Zähne hier an der Seite hängen dann mit Milzmagen, Pankreas zusammen und so weiter. Galle, Leber glaube ich. Und vorne hängen die zusammen mit Niere und Blase. Und da dachte ich, hm, ich habe in diesem Monat eh so ein bisschen Nieren- und Blasenprobleme. Komisch. Zeigt es sich jetzt auch an meinen Zähnen? Und die Antwort ist ja. Das heißt, ein guter traditionellklinische Medizinmann, der guckt euch einfach an und ihr seht, ihr habt rote Augen und dann sagt ihr irgendwas ist mit eurer Leber oder ihr habt irgendwie Juckreiz oder Ausschlag an euren Ohren, dann weiß der gleich irgendwas ist mit eurer Niere oder Nase. Steht dann für Lunge und Dickdarm. Mund steht für Milzmagen, Leber und so weiter. Das heißt, an eurem Körper spiegeln sich immer wieder die inneren Organe und auch an euren Zähnen spiegeln sich die inneren Organe. Und dann war die Frage, okay, was ist jetzt zu tun? Wie kann ich meine Zähne schützen? Ich glaube nicht, dass es mit dem Zähneputzen zu tun hat. Ich putze sie regelmäßig, sondern es hat etwas damit zu tun, dass sozusagen die Zähne eventuell nicht richtig versorgt wurden oder dass die Organe, die für diese Zähne zuständig sind, geschwächt waren in der Energiezufuhr oder sowas. Und dann ist jetzt die Frage, was mache ich? Und ich habe jetzt angefangen, meine Niere und meine Blase zu stärken mit einfach eher ins Bett gehen, nicht die ganze Zeit unter Strom stehen. Ihr könnt auch nachgucken, welche sozusagen Nahrungsmittel diese Organe stärken. Da stand dann zum Beispiel Fisch, leicht salzige Speisen, dunkle Speisen, wie irgendwelche dunkle Pilze, Kidneybohnen, Walnüsse, schwarzer Sesam und solche Sachen. Und ich habe es jetzt ausprobiert. Ich sehe noch keine Veränderung an meinen Zähnen. Das wird jetzt allerdings noch ein bisschen dauern, weil wenn man eine Sache verändert oder stärkt, dann braucht es immer ein bisschen, bis es nachzieht. Aber ich wollte trotzdem dieses Zahnvideo machen, denn ich war letztes Jahr kurz beim Zahnarzt und der hat mir dann gleich irgendwas aufschwatzen wollen. Und vor kurzem hatte ich hier ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte eine Verletzung, aber ich hatte auf jeden Fall eine Tasche an dieser Stelle und jetzt kenne ich mich auch ein bisschen besser aus mit der Zahnreinigung. Aber diese Stelle heilt vor allem, weil ich dann wusste, irgendwie war Milzmagen Pankreas. Es kann sein, ich habe zu viel Süßes gegessen oder es kann sein, ich habe komische Speisen und wenn dann sozusagen eine Verschlackung stattfindet oder irgendwas in eurem Organ nicht richtig fließen kann, dann verteilt es sich sozusagen über den ganzen Körper. Das ist wie wenn ihr, sage ich mal, ihr habt hier einen Wasserschlauch und ich drücke ihn hier ab, dann wird auch da weniger Wasser rein fließen und auch da weniger Wasser rein fließen. Und wahrscheinlich verhält es sich ähnlich in eurem Körper. Das heißt, eigentlich möchte alles immer gleichmäßig oder schön durchblutet werden, aber wenn ihr irgendwo eine Imbalance schafft durch viel Stress oder komisches Essen oder wenig Schlaf oder 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 oder, dann lässt sozusagen die Saftigkeit in eurem Körper nach. Und dann könnte es sein, da wo hier wunderschönes Grün ist, ist dann hier ein Loch, weil an dieser Stelle korrespondiert es zu einem bestimmten Organ. Also, ich mache mal Schluss mit dem Video und wir sehen uns gleich zum nächsten.